Am heutigen Sonntag machen wir weiter mit unserer Predigtreihe 40 Tage des Gebetes. Und wir möchten uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir in fünf Dimensionen beten. Wir beten in fünf verschiedenen Dimensionen. Doch bevor es damit losgeht, wie man in fünf verschiedenen Dimensionen betet, möchte ich nochmal ein paar Sachen herauskramen, ein paar Dinge, die ihr vielleicht schon wisst, ein paar Wahrheiten, aber an die wir uns heute erinnern müssen, bevor es damit losgeht. Schreibt euch Folgendes auf. Es sind grundlegende Wahrheiten jedes Gebetes. Erstens, Gott ist ein multidimensionaler Gott. Gott ist ein multidimensionaler Gott. Das sage ich, weil das Allerwichtigste, was ich euch über das Gebet lehren kann, und das schauen wir uns an, das Wichtigste, dass deine Erfüllung und deine Fruchtbarkeit im Gebet nicht von dem abhängt, wie viel du vom Gebet weißt, sondern wie viel du von Gott weißt. Je mehr du Gott verstehst, desto besser werden deine Gebete werden, desto effektiver, desto erfüllter, desto befriedigender wird dein Gebetsleben auch sein. Es geht nicht darum, alles über das Gebet zu lernen. Das ist wichtig. Aber wichtiger als das ist es, Gott selbst zu verstehen. Und es beginnt mit der Tatsache, dass Gott ein multidimensionaler Gott ist. Nun, was heißt das denn? Das heißt einfach, dass er nicht nur eine Dimension hat, weil man das an vielen Dingen erkennen kann. Schreibt euch mal Folgendes auf. Erstens sehen wir das an Gottes Schöpfung. Wenn man sich umschaut, muss der Gott, der eine multidimensionale Welt erschaffen hat, offensichtlich auch ein multidimensionaler Schöpfergott sein. Es gibt also Dimensionen, die wir kennen, aber es gibt auch Dimensionen, von denen wir noch nicht einmal wissen. Die Bibel spricht vom geistlichen Bereich, über den wir nicht viel wissen. Wir können das nicht sehen, wir können das nicht greifen, deshalb beschäftigen wir uns auch nicht so viel damit. In der Bibel steht Folgendes zur Schöpfung. Schaut mal hier. Römer 1, Vers 20. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, steht da. Manchmal fragen die Leute, was ist denn mit denen, die noch nie die Bibel gelesen haben? Ja, okay, stimmt, die haben die Bibel nicht gelesen, aber man kann auch viel von Gott erfahren, wenn man sich einfach nur die Welt, die Natur anschaut. Man braucht keine Bibel, um zu verstehen, dass Gott Vielfalt liebt. Das ist offensichtlich. Schaut er die Natur an. Wir wissen, dass Gott die Ordnung liebt. Das ist auch offensichtlich. Wir wissen, dass Gott kreativ ist. Wir wissen, dass Gott Unterschiedlichkeit liebt. Wir wissen, dass Gott mächtig ist. Wenn man Donner und Blitze anschaut, Erdbeben und Asteroiden, Stürme und die vielen Dinge in der Gesellschaft und in der Welt, am Universum erkennen wir, dass Gott kreativ ist und groß ist und mächtig ist. Wir erfahren viel über Gott durch die Natur. Deshalb sagt die Bibel, wir haben keine Entschuldigung. Ich finde, man braucht mehr Glauben, Gott zu leugnen, als an ihn zu glauben. Wenn ich irgendwie den Weg entlang gehe und dort liegt ein kleiner Stein, dann halte ich das wahrscheinlich für einen Zufall. Aber wenn an derselben Stelle eine Rolex-Uhr liegt, glaubt man dann auch noch an einen Zufall? Das ist etwas Gemachtes. Es deutet auf Design hin. Es ist ein Produkt und jedes Produkt muss von jemandem produziert worden sein. Jedes Design wurde von jemandem designt. Die Menschen sagen, die Welt und das Universum wurde durch den Ohrknall erschaffen. Das ist gar kein Problem für mich. Es gab den Ohrknall und irgendjemand hat den wohl, irgendjemand hat es knallen lassen. Jemand muss doch irgendwie auf den Knopf gedrückt haben. Aber du würdest niemals behaupten, dass diese Uhr sich einfach irgendwie selbst zusammengesetzt hat. Selbst wenn man Milliarden und Trilliarden von Jahren zur Verfügung hätte, würde sich keine Uhr alleine bauen und anfangen zu ticken. Man braucht enormen Glauben, Atheist zu sein. Und so viel Glauben habe ich gar nicht, sorry. Meine Antwort ist genauso spekulativ wie deine, aber sie erscheint mir viel vernünftiger, als zu sagen, es sei einfach so, alles entstanden und geschehen. Einfach so passiert. Hast du schon einmal die Geburt eines Babys gesehen und wie das Baby aus einer kleinen Zelle zusammenkam und dann herauskommst du? So viele Dinge sprechen davon, dass Gott ein Gott der Komplexität ist. Selbst wenn man nicht in die Bibel schaut. In Hiob 11, Vers 7 bis 9, da beschwert sich Hiob bei Gott, was ihm alles im Leben zugestoßen ist. Und dann sagt Gott Folgendes zu ihm, Moment mal, ich bin der Schöpfer und ich habe das Sagen. Und er sagt, eine Frage, Hiob. Kannst du die Geheimnisse Gottes erforschen und die Vollkommenheit des Allmächtigen erfassen? Der Himmel oben setzt Gott keine Grenze, dir aber allemal. Gott kennt die Welt der Toten unten in der Tiefe, du aber nicht. Anders gesagt, es gibt einen ganz anderen Bereich, eine ganz andere Dimension, die wir gar nicht kennen, Gott aber schon. Und dann steht da, Seine Größe überragt die Erde und reicht weiter als das Meer. Wir wissen, dass Gott ein multidimensionaler Gott ist, weil die Schöpfung die Komplexität zeigt, die Gott erschuf. Und wir erkennen daran, dass Gott noch viel komplexer sein muss. Es gibt noch eine andere Stelle, da sehen wir Gottes multidimensionales Wesen, nämlich in der Menschwerdung Jesu. Als Gott zur Erde kam und ein Mensch wurde, die Menschwerdung, die Inkarnation nennt man das auch. Gott wurde Mensch, Gott wurde Fleisch und Blut. In Johannes 1, Vers 15 sagt die Bibel, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit und eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Die Tatsache, dass Gott Gott ist und dann aber auf die Erde kam und Mensch wurde, zeigt, dass er ein multidimensionaler Gott ist. Das war gar kein Problem für ihn. Wenn Gott zu Ameisen hätte sprechen wollen, dann wäre er eine Ameise geworden. Wenn er zu Kühen hätten sprechen wollen, dann wäre er eine Kuh geworden. Aber Gott wollte zu uns Menschen sprechen, deshalb wurde er einer von uns. Das ist multidimensional. Und den Beweis dafür erbringt Jesus. Denn die Bibel sagt über ihn in Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Kennst du noch jemanden, der so ist? Willst du in Ewigkeit derselbe sein? Du bist nicht mal derselbe wie letzte Woche. Du hast ein paar Haare weniger, ein paar Falten mehr. Du bist nicht immer derselbe. Was heißt das? Jesus wird nicht durch Raum und Zeit begrenzt. Warum? Weil er Gott ist. Er ist multidimensional. Und in Offenbarung 1 steht, Gnade sei mit euch und Friede von ihm. Er spricht hier von Jesus. Ihm, der ist und der war und der kommt. Das umfasst doch eigentlich alles, oder? Und ganz sicher ist das keine Beschreibung von dir, so als wenn du gleichzeitig warst und bist und sein wirst. Und Jesus ist multidimensional. Gott, der Vater, ist multidimensional. Und wir sehen drittens auch am Heiligen Geist. Es ist daran, wie der Geist sich bewegt und wie er wirkt, dass Gott multidimensional ist. Wir sehen es also in der gesamten Trinität, der Dreieinigkeit, am Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. In Johannes 3, Vers 8 steht, der Wind weht, wo er, sagt Jesus hier, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, wo er herkommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Damit ist gesagt, du kannst den Heiligen Geist nicht einfach in eine Kiste backschweren oder in eine Schublade stecken. Du kannst ihn nicht kontrollieren. Er ist wie der Wind, von dem du nicht weißt, woher er kommt und wohin er weht. Du hörst das Sausen und er sagt, der Heilige Geist bewegt sich in Dimensionen, in denen wir uns gar nicht bewegen können. Du siehst den Geist nicht, also das ist schon eine andere Dimension, mit der wir nicht vertraut sind. Und er sagt hier, der Heilige Geist ist multidimensional. In Hiob 9, Vers 10 bis 11 heißt es vom Geist Gottes, er vollbringt gewaltige Taten, unzählbar sind seine Wunder. Kein Mensch kann sie begreifen. Unbemerkt zieht er an mir vorüber, er geht vorbei, er streift mich und ich nehme es gar nicht wahr. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alle multidimensional. Das ist jetzt noch keine große Offenbarung, das haben wir vielleicht schon mal gehört. Jetzt kommt aber der Wichtige, der zweite Punkt. Zweitens, weil Gott multidimensional ist, bin ich niemals allein. Ich bin niemals, niemals allein, weil er in jeder Dimension und in jeder Zeit ist. Er ist in der Vergangenheit, er in der Gegenwart und in der Zukunft. Er ist hier, er ist auch dort, er ist im Himmel, er ist auf der Erde, er ist in der geistlichen Welt, er ist in meiner Welt, er ist in deiner Welt, er ist in meinem Herz. David sagt es so in Psalm 139. Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen? Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Aber was hat das alles jetzt mit Gebet zu tun? Nun, sehr viel. Und heute möchte ich euch auf eine ganz andere Ebene führen. Ich möchte euch die fünf Dimensionen deines Lebens zeigen, in denen du beten kannst. Ich werde sie schnell erklären und dann werden wir sie zusammen im Abendmahl auch praktizieren. Erstens, die erste Dimension, wenn ich bete, schaue ich zurück auf das Kreuz. Ich schaue zurück auf das Kreuz. Wenn ich bete, ich mache das ganz praktisch so, dann beginne ich nicht mit meinen heutigen Problemen oder der Angst vor morgen, sondern ich fange mit dem an, das schon in der Vergangenheit passiert ist für mich und für das ich dankbar bin. Es ist gut, das Gebet mit dem Kreuz zu beginnen, weil wir so mit einer Haltung der Dankbarkeit beginnen. So wirst du mit Dank erfüllt. Wenn ich daran denke, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, erinnert mich das immer an drei Dinge, die ich hier für euch aufgeschrieben habe. Erstens, wie sehr Gott mich lieb hat, wie viel die Sünde ihn gekostet hat und wie vollständig mir vergeben wurde. Das ist ein guter Start für dein Gebetsleben. Wie sehr Gott dich liebt und selbst wenn deine Sünden auch ein Scherbenhaufen wären, wird dir vollständig vergeben. Ich schaue also zurück auf das Kreuz. In 1. Petrus 1, Vers 18-19 steht, ihr wisst, dass ihr aus euren nichtigen Lebensweise losgekauft wurdet mit dem kostbaren Blut Christi. Also unser nichtiges Leben wurde mit dem kostbaren Blut Christi, mit dem Blut des Lammes ohne Fehl und Makel bezahlt, losgekauft. Wenn man wissen will, wie viel Wert etwas hat, dann frage einfach, wie viel jemand dafür bezahlen will. Vielleicht hast du etwas sehr Wertvolles zu Hause und du denkst, es ist so und so viel wert. Ich sage dir, wie viel es wert ist. Nicht so viel, wie du denkst, oder wie viel dein Papa gesagt hat, wie viel es wert ist, sondern es ist das wert, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Wenn keiner bezahlen will, was du dafür haben möchtest, dann ist es das nicht wert, was auch immer du denkst. Wie viel bist du wert? Schau auf das Kreuz. Gott sandte seinen eigenen Sohn, der auf die Erde kam und mit seinem Leben für dich gezahlt hat. Der Sohn Gottes wurde ein Menschensohn, damit die Menschen Söhne Söhne Gottes werden können. Er tat, was wir nie für uns selbst hätten tun können. Du hättest nie für das bezahlen können, was du alles falsch gemacht hast und ich auch nicht. Und er sagt, ich liebe euch und ich werde es für euch tun. Und das zeigt, wie viel Wert du hast. Er gab sich selbst, seinen eigenen Sohn, um für dich zu sterben. Und wenn ich also bete, denke ich zuerst daran, wie sehr Jesus mich lieb hat und dass er mir vergeben hat. Und ich schaue zurück auf das Kreuz. Die zweite Dimension, ich schaue nach oben in das liebende Gesicht meines Vaters. Das ist die zweite Ebene. Das Zweite, was ich tue, wenn ich bete, ich denke zuerst an das Kreuz und dann wende ich mich von der Vergangenheit ab und schaue nach oben in das Gesicht meines himmlischen liebenden Vaters. Also, seid euch bewusst, dass Gott nicht möchte, dass du ihn als deinen Diktator siehst oder als deinen Boss oder deinen Kontrolleur oder deinen Trainer. Als Jesus sagt, so sollt ihr beten, sagte er, nennt Gott Vater, unser Vater im Himmel, Vater. Uns ist gar nicht bewusst, wie radikal das ist, aber im Alten Testament sagte niemand zu Gott, Vater. Das kommt vielleicht ein paar Mal vor in diesen Tausenden von Jahren. Sonst wurde Gott immer anders angeredet. Majestät oder König der Könige oder Herr der Herren oder Schöpfergott und andere Bezeichnungen. nur ein paar Mal über die Jahrtausende hinweg nannte man ihn Vater. Und eins, wofür Jesus kam, ist zu erklären, wie Gott wirklich ist und er sagt, Gott will, dass du ihn Vater nennst. nennst du Gott im Gebet Vater? Gott sagt, tu das. Wie oft sagst du, oh Herr oder oh Gott? Oder welche Begriffe gebrauchst du noch? Ich möchte euch ermutigen, in dieser kommenden Woche jedes Gebet mit dem Wort Vater zu beginnen. Warum? Es ist der Begriff, mit dem Gott angeredet werden möchte. Vielleicht sagst du, aber mein Vater war kein guter Vater. Aber Gott ist nicht wie dein Vater und dein Vater ist nicht wie Gott. Gott ist ein vollkommener Vater. Er ist fürsorglich, nahe, aufmerksam, beständig, fähig. Jeder menschliche Vater ist unvollkommen, aber Gott ist der vollkommene Vater und er sagt, ich möchte, dass ihr Vater zu mir sagt. Als Gott sagte, beginnt euer Gebet mit unser Vater im Himmel, da war es ihm ernst. Also ich lade euch ein, dass ihr in der kommenden Woche eure Gebete nicht O Herr oder O Gott beginnt, sondern Vater zu ihm sagst. Und wie du Gott siehst, ist für dein Leben entscheidender als alles andere. Wie du Gott siehst, entscheidet, wie ich gesagt habe, ob deine Gebete fruchtbar und erfüllend sind oder auch nicht. In Römer 8, die Verse 15 bis 17 wird folgendes gesagt über das Gebet. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben, wo man denkt, ach, wenn ich jetzt zu Gott gehe, dann schimpft er mich bestimmt. Also man braucht keine Furcht haben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Wir sind Kinder Gottes. Das passiert, wenn du gerettet wirst, dann wirst du in Gottes Familie aufgenommen. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes. Wir brauchen also keine Furcht habe, also keine Angst haben, sondern durch den Geist rufen wir Abba, Vater. Und eben dieser Geist bezeugt unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann steht, sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi. sofern wir mit ihm leiden, umso auch mit ihm verherrlicht zu werden. Dieser Abschnitt hier nennt drei wichtige Punkte zum Gebet, die wir lernen müssen, die wir uns merken müssen und nie vergessen sollten. Drei Kennzeichen, die Gott für unser Gebetsleben möchte. Wenn du so beten möchtest, dass Gott gerne zuhört, wenn du so beten möchtest, dass deine Gebet auch erhört werden, und wenn du Gebete beten möchtest, die du auch genießt, zu beten, dann sollten sie die Trise drei Kennzeichen haben. Erstens, Gott möchte, dass meine Gebete persönlich sind. Er sagt, wenn wir zu Gott kommen, nennen wir ihn nicht nur Vater, sondern sogar Abba. Abba ist ein Grundwort in der aramänischen Sprache, die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Wenn du in einer Stadt irgendwo im Nahen Osten gehst und da siehst du ein kleines Kind über die Straße laufen, dann hörst du es vielleicht rufen, Abba, Abba, Abba. Es ist das Wort für Papa. Es heißt nicht Vater, sondern Papa. Es heißt Papi. Papa klingt ja auch so ähnlich wie Abba. Es ist das einfachste Wort, was ein Baby aussprechen kann. Abba, Papa. Als meine Enkelkinder geboren wurden, war die Frage an die Eltern, wie sie uns nennen sollten. Dann haben wir gesagt, na klar, Opa. Opa ist auch leichter als Großvater. Opa ist auch leichter als Vater oder Mutter sagen zu können. Papa, Mama, Dada, Papi, Abba, Abba. Das ist noch nicht mal, das ist Vater, sondern es ist wirklich Papa zu sagen. So etwas sagt kein fünf- oder siebenjähriger altes Kind. Es ist wirklich, wie ein Baby eben gerade dieses Wort sagen kann. Abba, Papa, Abba. Jesus sagt, so dürft ihr mit Gott reden. Würde das nicht das verändern, wie wir beten? Gebet ist das äußerst, das intimste. Gott möchte Intimität, Vertrautheit mit dir haben. Er schuf dich für diese Vertrautheit, für diese Nähe. Das ist eine Babysprache. Er sagt, wenn du kommst, um zu beten, sollen deine Gebete nicht blumig und schön und wasserdicht und cool sein, sondern einfach sein. Sie sollen kindlich sein. Sie sollen schlicht sein. persönlich sein. Zweitens, Gott möchte, dass meine Gebete persönlich und dann auch leidenschaftlich sind. Er sagt hier, wir rufen. Wir rufen, Abba, Vater, wir rufen. Kreist das. Wir rufen. Kreist das ein. Wir rufen. Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass Kinder oft rufen und weinen und schreien und alles Mögliche. Sie haben gar keine Hemmungen im Einkaufszentrum rumzurufen, rumzuschreien oder in der Schlange an der Kasse rumzuschreien oder zu rufen. Es ist ihnen vollkommen egal. Wenn sie unglücklich sind, dann schreien sie los. Und dann weiß auch jeder, dass die sind total direkt. Wisst du auch so, wenn du betest, ist dir wichtiger, wie andere Menschen dein Gebet finden, als dass du mit Gott redest. Deine Gebete werden keine Bedeutung haben, solange du dir Sorgen machst, was andere darüber denken. Er sagt, wenn du betest, dann muss es persönlich sein, aber auch leidenschaftlich. Rufe zu Gott, schreie zu ihm, weine zu ihm mit ein bisschen Schmackes. Gott, ich brauche es. Gott, ich brauche dich. Papa, hilf mir. Ich werde hier versucht wie noch nie zuvor. Papa, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, weil ich untergehe und ich weiß nicht, wie ich Rechnungen bezahlen soll und ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll und ich weiß nicht, was besser ist. Soll ich festhalten oder loslassen? Woher weiß ich, was richtig ist? Soll ich den ersten Job nehmen oder den zweiten Job? Soll ich diese Frau heiraten oder jene Frau heiraten oder gar nicht heiraten? Papa, ich brauche deine Hilfe. Papa, ich brauche deine Hilfe. Warst du schon einmal so emotional bei Gott? Gott liebt es, wenn du deine Gefühle auch zeigst. Warum? Weil Gott ein emotionaler Gott ist. Du hast nur deshalb Gefühle, weil Gott dich als ein Ebenbild erschuf. Gott zeigt seine Gefühle. In der Bibel steht, dass Gott zornig wurde, dass er frustriert ist, dass er eifersüchtig ist. Gott liebt, er wird ungeduldig. Warum passiert dir das? Weil du nach dem Bild Gottes geschaffen wurdest. Persönlich, leidenschaftlich und dann das dritte, es soll eine Partnerschaft sein. Vielleicht überrascht das jetzt den einen oder anderen. In Römer 8, Vers 26 steht es so, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Ist es nicht so? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich beten soll. Ich weiß nicht mal, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist steht hier. Der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen. Also er ist leidenschaftlich. Der Heilige Geist empfindet leidenschaftlich für dich mit einem Seufzen. Er betet also für uns mit einem Seufzen. Und es steht hier, mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Also okay. Was bedeutet das denn jetzt hier eigentlich? Lass uns ein paar Dinge klären. Dein liebevoller, himmlischer Vater versteht, dass du oft nicht weißt, was du beten sollst. Dein liebevoller, himmlischer Vater versteht, dass du oft nicht weißt, was du sagen sollst. Dein himmlischer Vater versteht, dass du oft nicht mal weißt, wie du es sagen sollst. Dir fehlen einfach die Worte. Alle Eltern verstehen das. Als meine Kinder klein waren und zu mir kamen und etwas zu sagen versuchten und es nicht in Worte fassen konnten, verstand ich trotzdem, was sie sagen wollten. Und als ihr Vater, der sie liebt, wusste ich, auch wenn sie es nicht formulieren können und nicht einmal wissen, wovon sie sprachen, dann wusste ich trotzdem, um was es geht. Sie verstanden es nicht, aber ich wusste, wie sie sich fühlten und ich wusste schon die Antwort, bevor sie überhaupt fragen könnten. Das heißt es, ein Papa zu sein. Und Gott ist also nicht sauer, wenn du sagst, ach Gott, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, aber ich sage mal eben Hallo. Und Gott sagt, das ist super. Schön. Das ist mein Mädchen, das ist mein Junge. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich sage einfach mal Hallo Gott. Das ist super. Da freue ich mich. Schön, dass du Hallo sagst. Lass uns einfach ein bisschen Gemeinschaft haben. Du musst gar nichts sagen. Deine Lippen müssen sich die ganze Zeit bewegen im Gebet. Wir können einfach in Gottes Gegenwart sein. Und dann sagt die Bibel, dass Gott sich dann einschaltet und selbst zu sich selbst spricht, wenn du mit ihm sprichst. Und du sagst, das ist jetzt doch ein bisschen komisch, oder? Gott redet mit Gott. Ach komm schon. Sprichst du nie mit dir selbst? Du tust es andauernd. Ich frage mal so, wie oft redet jemand mit dir und während diese Person mit dir redet, redest du mit dir selbst über die andere Person? Wie oft passiert das? Ständig passiert das. Warum? Weil du nach dem Bild Gottes geschaffen wurdest. Und wenn du mit Gott sprichst, dann kann Gott mit sich selbst über dich sprechen. Okay, Nummer drei. Ich schaue nach innen. Das ist die dritte Dimension. Ich schaue nach innen auf Jesus, der in mir lebt. Wusstest du, dass Jesus in dir lebt? Wenn du ein Christ wirst und diesen Schritt gehst, die Entscheidung triffst, dann legt er seinen Geist in dich hinein. Jesus ist in dir. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob dich das schockt, die Dreieinigkeit ist in dir. Denn Gott kriegst du nicht stückchenweise. Wenn du Jesus hast, dann hast du auch den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du auch den Vater. Die Dreieinigkeit ist in dir. Und du sagst, das ist eine Dimension, die ich gar nicht verstehe, die fühle ich gar nicht. Klar. Aber es ist eine Wirklichkeit, ob du es fühlst oder verstehst oder nicht. Die Dreieinigkeit ist in dir. Schreib das auf. Alle drei in mir. Der Vater ist in dir. Der Geist Gottes ist in dir. Der Sohn ist in dir. Wenn du sie zu dir eingeladen hast, wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, wenn du Jesus nicht in dein Leben eingeladen hast, dann sind sie nicht in dir. Aber darum geht es ja in der Errettung. Ich sehe also nach innen zu Jesus, weil Jesus nicht einfach nur im Himmel ist. Ich sagte das noch. Er ist multidimensional. Er ist überall, auch in dir. Also, weil Jesus in mir ist, und der Vater und der Geist auch. Und ich weiß, dass ich bedingungslos von meinem Vater angenommen bin, gib mir das die Freiheit und den Mut, mich ehrlich zu meinen Fehlern zu stellen. Und der dritte Teil des Gebets, ich wende mich vom Kreuz zum Vater und jetzt versuche ich zu erkennen, was in mir ist. Christus, du bist in mir, aber es gibt auch Zeug in mir, das mit dir da drin ist, das ich gar nicht mag. Das sind meine schlechten Haltungen, meine heimlichen Sünden, meine Zwänge, meine Ängste. Das sind schmerzhafte Erinnerungen, ein paar verbitterte Gedanken und Unversöhnlichkeit. Gott, da ist so viel Zeugs in mir, von dem ich gar nicht weiß, wie ich das rauskriege. Und das ist da alles mit dir drin. Also bitte ich dich, Gott, hilf mir beim Saubermachen. Und das ist dann der dritte Teil des Gebets. 2. Korinther 3, 13 Vers 5 Fragt euch selbst, ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst. Prüft euer Herz, schaut auf euch selbst, prüft euch selbst, erfahrt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist. Sonst hättet ihr ja schon versagt, steht da. Also wenn man ihn nicht reingelassen hat, dann hat man darin versagt. Aber wenn Jesus Christus drin ist, ich möchte euch was fragen. Möchte noch jemand hier außer mir besser werden, als er gerade ist. Natürlich, das möchten wir alle. Und dafür liebe ich euch. Deswegen seid ihr hier. Ihr wollt was lernen, ihr wollt besser werden, ihr wollt was verstehen, was umsetzen. Aber ich kann nicht besser werden, bis ich mir klar mache, was angegangen und verändert werden muss. Also, bevor ich besser werden kann, muss ich zugeben, was bitter ist oder was schlecht ist in meinem Herzen. Siehst du, die Wahrheit wird dich freimachen, aber zuerst wird sie dich auch schlecht fühlen lassen. Denn die Wahrheit, die du am wenigsten magst, ist die Wahrheit über dich selbst. Und mir geht es genauso. Die Wahrheit, die ich am wenigsten mag, ist die Wahrheit über mich. Ich will mir die Wahrheit nicht sagen und schon gar nicht von jemand anders hören. Aber ich kann nicht wachsen, wenn ich nicht ehrlich bin. Es gibt keine Veränderung ohne Vertrauen und kein Vertrauen ohne Wahrheit. Zuerst muss ich also ehrlich werden. Und das beginnt, indem ich in das Gesicht meines liebenden Vaters schaue und der mich in jeder Lage annimmt und erkennt den ganzen Dreck und Müll meines Lebens längst und nimmt mich bedingungslos an. Und weil er in mir ist, weiß er längst, was noch in mir drin ist. Also kann ich ehrlich zu Gott sein. Das ist die dritte Dimension. Ich schaue nach innen auf Jesus, der in mir lebt, und ich bitte Jesus, der in mir lebt, mir zu helfen, den Müll in meinem Leben loszuwerden. In Sprüche 28, Vers 13 steht es so, hier auf der Leinwand, wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, der wird Erbarmen finden. In der Living Bible steht, da heißt es, man bekommt eine neue Chance. In dieser dritten Dimension, wo ich bete, wo ich Gott um Hilfe bete und nach innen schaue, wo fange ich da an? Vielleicht mit der Frucht des Geistes. Galater 5, 22 und 23. In diesen Versen, schreibt euch das auf, das sind gute Verse, mal zu Hause zu lesen. Da sehen wir die neuen Früchte des Geistes und da steht, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Diese Dinge möchte ich in meinem Leben haben, oder? Ich möchte liebevoller und fröhlicher und friedlicher und geduldiger sein. Ich möchte selbstbeherrschter sein. Auf dieser Liste gibt es nichts, was ich nicht möchte. Was ist das hier? Es ist eine perfekte Beschreibung von Jesus. Du sagst, Jesus, du bist in mir. Zeige mir, was ich ändern muss und bringe heute in meinem Leben diese Frucht hervor. Wie kann ich heute ein bisschen liebevoller sein, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen friedlicher, ein bisschen geduldiger? Das kann eine gute Checkliste für jeden Tag sein, weil es eine perfekte, vollkommene Beschreibung von Jesus ist. Jesus, bringe heute deine Charakterstärke, deine Frucht in mir hervor. Viertens, ich habe also zurückgeschaut auf das Kreuz, ich habe nach oben geschaut auf das Gesicht des Vaters, jetzt nach innen geschaut auf Christus und mir, jetzt die vierte Dimension, ich schaue mich um, ich schaue mich um und bitte den Heiligen Geist, mich zu gebrauchen. Das ist die vierte Dimension des Gebetes und das mache ich, wie gesagt, das habe ich schon oft gesagt, die beiden gefährlichsten Worte, die du beten kannst, ist zwei Worte, gebrauche mich. Ich fordere euch heraus, dieses Gebet zu beten und es wirklich zu meinen, denn wenn du nützlich werden willst, dann wird Gott dich abnutzen und die Welt wartet nur darauf. Du tust also den vierten Blick und du schaust auf die Welt um dich herum und sagst, Heiliger Geist, zeige mir, wo du mich heute gebrauchen möchtest. Und anstatt, dass du die Welt verurteilst oder kritisierst oder dich über sie beklagst, was sowieso nicht funktioniert oder über die Welt rumheulst oder um Himmels Willen einen Blog schreibst über alles, was in der Welt falsch läuft, warum sagst du nicht einfach, Heiliger Geist, zeige mir, was falsch läuft in dieser Welt und zeige mir, was ich verändern kann. Gebrauche mich. Ich fordere euch herauf, so zu beten. Das ist die vierte Dimension des Gebets. Römer 6, Vers 13, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Als Menschen, die durch ihn neues Leben bekommen haben, sollt ihr jetzt Werkzeuge, Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Das hier ist ein Leben mit Visionen. Gott, gebrauche mich so, wie du es möchtest. Gebrauche mich immer, wie du willst. Ich weiß nicht, wem das gerade gilt, aber ich weiß, jetzt hören vielleicht Leute zu. Jemand hört zu, der jetzt wissen muss, die Welt wartet auf deinen Beitrag. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir leben in einer Welt, die verzweifelt deine Hilfe braucht. Die Welt wartet auf ich dich. Ich leiste meinen Beitrag. Du auch? Du wurdest für so viel mehr erschaffen. Du wurdest für so viel mehr erschaffen und du musst das Gebet der vierten Dimension beten. Gott, gebrauche mich. Ich weiß nicht, wo, aber ich schaue mich jetzt um und wenn du eine Not siehst, wenn du ein Interesse hast oder eine Fähigkeit hast, was dann? Dann kommt hier was zusammen. Also schau zurück aufs Kreuz, schau nach oben zum Vater, schau nach innen zur Überprüfung deines Herzens und zum Gespräch mit Christus in dir und dann schau um dich herum auf die Welt und sage, Herr, wo kannst du mich heute gebrauchen? Höre auf, etwas Großes mit deinem Leben tun zu wollen. Tu einfach normale Dinge und tu sie mit einer großen Liebe und Gott wird es segnen. Das stammt, glaube ich, von Mutter Teresa, dieses Zitat. Höre auf, irgendeine bedeutende Stelle für deine Position oder für deinen Dienst zu finden. Gib dem, was du tust, Bedeutung, indem du dein Herz hineingehst und Gott wird es bemerken und die Welt wartet auf deinen Beitrag. Die Welt braucht deine Hilfe. Das ist die vierte Dimension. Übrigens, die beste Startrampe ist deine Gemeindefamilie, denn hier unterstützen wir dich dabei. Vielleicht musst du Class 301 nochmal machen mit einer ganz anderen neuen Sicht und sag, jetzt habe er her, ich will es nochmal machen. Gott, gebrauche mich. Zum Schluss gibt es noch die fünfte Dimension, Nämlich, ich schaue nach vorne. Ich schaue voller Zuversicht voraus in die Zukunft. Ich schaue voller Zuversicht voraus in die Zukunft. In meinem Gebet habe ich in die Vergangenheit geschaut, ich habe nach oben geschaut, ich habe nach innen geschaut, ich habe um mich herum geschaut und jetzt darf ich nach vorne schauen. Jetzt rede ich mit Gott über meine Planung für heute, für diese Woche, für diesen Monat, für dieses Jahr, für die nächsten zehn Jahre, für die nächsten zwanzig Jahre. Mein Lebensziel, sprich mit Gott. Abba, Papa, Vater, Gott will mit dir darüber reden. Eltern reden so gerne mit ihren Kindern über deren Träume. Alle guten Eltern tun das. Gott möchte deine Pläne erfahren, deine Gedanken, deine Ideen, deine Träume. Du sprichst mit deinem Vater über den kommenden Tag und du sagst, Vater, Abba, hilf mir heute Prioritäten zu setzen. Ich muss heute 19 Dinge tun, die ich nicht alle schaffe. Ich muss Prioritäten setzen. Zeig mir, was jetzt am wichtigsten ist. Und Vater, hilf mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vater, gib mir, gib mir die Kraft, gib mir die Energie dazu. Zeig mir, wen ich anrufen soll, wer mir helfen kann, das umzusetzen, was ich hier tun soll. Herr, ich muss in eine Sitzung, was soll ich da sagen? Vater, hilf mir, ein dickes Fell zu haben und ein weiches Herz zu haben. Vater, hilf mir, mich hinzugeben, ohne mich aufzugeben. Wisst ihr, in Selbsthilfebüchern ist eines der häufigsten Vorschläge für die persönliche Entwicklung, dass man sich ein inneres Vorstandsteam zusammenstellt, also ein Beraterteam, das dich in deinem Leben coacht. Ja, das ist keine schlechte Idee, ich habe da nichts dagegen, aber darf ich dir einen Vorschlag dazu machen? Wie wäre es mit der Dreieinigkeit in deinem Vorstand? Nimm den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in dein Vorstandsteam, in dein Beratungsteam und dann machst du eine Menge Fehler weniger. Du sagst, ach komm schon, Rick, wie soll denn so ein Coaching aussehen? Ach, die haben so ein idiotensicheres Handbuch geschrieben, alles schriftlich, man muss es eigentlich nur noch lesen. Je mehr du dieses Buch nutzt, desto zuversichtlicher wirst du im Leben. Und außerdem, Gott hat für sein Kind schon eine Voreinstellung eingebaut. Wusstest du das? Du wirst nicht alles bekommen, was du willst, das sage ich dir. Aber ich sage euch Folgendes, Gott hat dich so gemacht und dafür gemacht und er will dich so, dass du alles erreichst und alles wirst, für das er dich geschaffen hat. Schaut euch den nächsten Vers an. Philippe 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Leute, darauf könnt ihr setzen. Dieses fünfdimensionale Beten, das ist ein weiterer Weg dorthin. Ich gebe euch eine weitere Methode, euer Gebetsleben aufzufrischen. Denn diese fünf Dinge, die ich euch gerade gesagt habe, die werden uns als Erinnerung im Abendmahl gegeben. Und wir werden jetzt schließen, indem wir gemeinsam das Abendmahl feiern. wiedersehen. Und wir werden uns wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020